Liebe Kinder, liebe Schüler, guten Morgen. Wir drücken euch die Daumen, dass es heute mit dem Hitzefrei klappt. Und als Tipp für alle Eltern, wie funktioniert das eigentlich mit dem Hitzefrei? Hat unsere Kollegin Irina Finke auf abendblatt.de zusammengestellt. Überschrift, Sommer, Sonne, Hitzefrei. Das gilt in Hamburgs Schulen. So, und jetzt zu unseren Themen für diesen Mittwoch. Heute ist der 26. Juni. Mit der kleinen Tochter im Auto auf das Rollfeld in Fuhlsbückel. 1165 Minuten im November, in denen Hamburg den Atem anhält. Der Prozess gegen den Täter ist abgeschlossen. Wir schauen zum einen auf das Urteil gegen den Mann und zum anderen auch auf die Begründung. Was sagt der Richter? Hören wir von unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Noch ein anderer spektakulärer Prozess ist zu Ende gegangen. Allerdings ohne ein Urteil. Das Verfahren gegen den ehemaligen Chef der Hamburger Privatbank Wabo, Christian Olearius, wurde eingestellt. Aus Gesundheitsgründen. Hm, bleibt da ein Beigeschmack nach dem Motto, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen? Wir bekommen zu dieser möglicherweise steilen These gleich die Analyse und Beurteilung aus unserer Chefredaktion. Homeoffice ist toll, aber es kann auch krank machen. Wir haben es alle vielleicht geahnt, aber jetzt gibt es auch Zahlen, also etwas Handfestes, nicht nur Bauchgefühl. Wir blicken heute Morgen in die entsprechende Studie. Wir starten jetzt. Ganz Hamburg hat mit dem kleinen Mädchen gezittert. Wir erinnern uns, das erste November-Wochenende in 2023. Eine Vierjährige entführt vom eigenen Vater. Damit nicht genug. Der Vater fährt mit der Tochter zum Flughafen und kommt erst auf dem Rollfeld zum Stehen. Der Flugverkehr für 18 Stunden unterbrochen. Am Ende geht die Sache aber gut aus. Das Kind unversehrt, der Vater kommt vor Gericht. Bettina Mittelacher, Abendblatt-Gerichtsreporterin, hat den Fall aufmerksam verfolgt. Zum Einstieg für alle, die es noch nicht gehört haben, Bettina. Wie lautet das Strafmaß? Zu was wurde der Mann verurteilt? Also der Angeklagte hat zwölf Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Damit entsprach das Gericht auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Geiselnahme und Körperverletzung. Die Verteidigung hatte beantragt, einen minderschweren Fall der Geiselnahme festzustellen und hat aber keinen konkreten Antrag gestellt. Bettina, was uns natürlich sehr interessiert und ich glaube, das ist in diesem Fall nicht ganz unwichtig. Wie hat der Richter die Entscheidung begründet? Also er hat gesagt, der Angeklagte habe eine enorme kriminelle Energie offenbart durch seine Tat. Er habe überhaupt keine Rücksicht auf andere genommen, insbesondere nicht auf seine kleine Tochter, die er entführt hatte und die viele, viele Stunden am Flughafen im Auto sitzen musste, die sicherlich gar nicht wusste, wie ihr geschah. Der Richter hat das mit einer Zahl sehr deutlich gemacht. Er hat gesagt, 1165 Minuten und 25 Sekunden Angst. Wenn man sich diese Zahl mal vergegenwärtigt, merkt man, über was für eine Riesenzeitspanne wir reden. Und natürlich aus der Perspektive eines kleinen Kindes ist diese Zeit sicherlich unendlich, die sie da also in diesen widrigen Umständen war. Am Flughafen, dünnes Kleidchen, November, viele, viele Polizisten, die da waren, natürlich nur zum Besten des Kindes und damit diese Sache möglichst glimpflich ausgeht. Aber der Richter hat eben sehr, sehr klar gemacht, was das auch insbesondere für das Kind bedeutet hat, welche Folgen das für dieses Mädchen hat und auch für die Mutter, die natürlich sich große Sorgen gemacht hat, ob sie ihr Kind überhaupt unversehrt wiederbekommen könnte. Was kannst du uns über den Angeklagten berichten? Wie hat der Angeklagte reagiert? Er hat sehr haltlos reagiert. Also er hat dazwischen geredet, also auch sehr laut und energisch dazwischen geredet. Das passt so ein bisschen zu dem Eindruck, den der Angeklagte insgesamt in den Prozess hinterlassen hat, dass er stört, dass er gar nicht so richtig begreift, was da abläuft, dass er seine Befindlichkeit über die anderer stellt. Er will sich ausdrücken, er will sich Gehör verschaffen. Und das ist auch von einer psychiatrischen Sachverständigen so eingeordnet worden, dass er eben empathielos sei, dass er sich überhaupt nicht für die Belange anderer interessiert. Die Sachverständige hatte weiter gesagt, dass das kleine Mädchen da total aufgelöst war, dass sie geweint hat. Das sieht er gar nicht, meinte er den Angeklagten. Und dass es ihm nur um sich gegangen sei. Und so hat das auch das Gericht heute wieder aufgegriffen und hat das ihm sehr deutlich gemacht. Und außerdem hat der Richter gesagt, dass diese Geiselnahme aus Sicht nach der Überzeugung des Gerichtes ein Akt der Selbstjustiz gewesen ist. Er hat praktisch das Recht in seine eigene Hand nehmen wollen. Und dieser Intention hat das Gericht eine sehr klare Absage erteilt. Das wird das deutsche Recht nicht dulden. Solche Täter werden hart bestraft, was ja auch mit diesen zwölf Jahren dann zum Ausdruck gekommen ist. Möglicherweise war das aber noch nicht alles in dieser Geschichte. Ist das jetzt schon der Endpunkt, Bettina? Oder kommt auf den Täter möglicherweise noch ein zivilrechtlicher Prozess zu? Wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, dagegen ist ja noch Revision möglich, dann wird der Angeklagte in Haft kommen. Irgendwann wird er sehr wahrscheinlich abgeschoben werden in sein Heimatland. Wie das dann mit den Schadenersatzforderungen ist, wird sich zeigen. Allein der Flughafen hat ungefähr eine halbe Million Euro berechnet, die diese Tat gekostet hat, weil ja viele, viele Flugverbindungen abgesagt werden mussten. Passagiere werden möglicherweise Schadenersatzforderungen erheben. Und ob der Angeklagte, wie er behauptet hat, das jemals wird, abzahlen können, wage ich wirklich zu bezweifeln. Weil da werden insgesamt Millionen Euro zusammenkommen. Also in einem normalen Arbeitsleben wird das kaum zu leisten sein. Vielen Dank an Abendlatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Wir bleiben vor Gericht, beziehungsweise wir befinden uns schon im Nachgang, aber der Reihe nach. Wir alle haben dieses Gen in uns, welches bei Gelegenheiten wie diesen nach Gerechtigkeit schreit. Und damit meinen wir im Allgemeinen, einer muss dran glauben und besonders dann, wenn es vermeintlich einer von denen da oben ist. In diesem Fall geht es um einen Hamburger Bankier, Christian Oliarius, der ehemalige Chef der Privatbank Warburg. Sie kennen die Geschichte. Er ist wegen Cum-Ex-Geschäften vor Gericht gelandet, aber aus Gesundheitsgründen wurde das Verfahren eingestellt. Zu alt, zu krank. Irgendwie finden wir das, wenn wir ehrlich sind, eher semi. Aber es gibt möglicherweise auch einen anderen Blickwinkel auf die Thematik. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken hat sich mit dem Prozess und mit Cum-Ex intensiv beschäftigt. Hören wir mal, wie er diesen Ausgang bewertet. Matthias, um die Sache mit etwas Schmackes anzugehen, macht es bei dir Klick, wenn ich als erstes mal eine unfassbare Summe von rund 55 Milliarden Euro in den Raum stelle? Ja, die Summe ist unfassbar. Die muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ganz genau aufgedröselt hat das noch keiner, kann es auch keiner, weil es ja irgendwie 1.700 Beschuldigte gibt in unsäglich vielen Verfahren. Aber es gibt Schätzungen, die fangen an bei 12 und enden dann bei 55 Milliarden. Ja, selbst wenn es nur 12 wären. Ist ja immer noch eine Menge. Ich würde sie nehmen. Auch heutzutage immer noch eine Menge Geld. Ich erspare dir jetzt die Frage zu erklären, was Cum-Ex eigentlich ist. Auf jeden Fall ist es irgendwie Betrug und dem Staat geht richtig Geld durch die Lappen. Das ist ja schon mal so ein Verwirrspiel, also um es ganz einfach und vereinfacht zu erklären, es ist ein Verwirrspiel, dass man so tut, als ob man Steuern gezahlt hat und die erstattet bekommen will, die man aber nur einmal gezahlt hat und man will sie mehrfach erstattet bekommen. Das ist so im Umfeld der Dividendenzahlung so ein bisschen das Business-Modell. Das ist eigentlich so eine Art ganz wildes Hütchenspiel und der Staat hat die quasi Übersicht verloren und er startet dann mehr Geld, als er eigentlich müsste. Ja, das ist natürlich interessant, Matthias. Ich hatte die Frage deshalb gesagt, erspare ich dir, weil ich habe bisher immer nur Erklärungen gehört von Menschen, die ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe und ich habe auch mit Politikern gesprochen, die es selbst nicht so richtig erklären konnten. Deswegen deine vereinfachte Version jetzt mit dem Hütchenspiel nehme ich natürlich besonders gern. Christian Olearius, zu dieser Person musst du uns doch noch mal zwei, drei Worte aber sagen. Welche Rolle hat der Mann jetzt gespielt in diesem ganzen Konstrukt? Naja, er hatte am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen Pech, dass an ihm die gesamte Öffentlichkeit diese Cum-Ex-Problematik zum ersten Mal gehört und gesehen hat und er weiterhin im Fokus steht und stand, weil bei ihm natürlich auch noch diese politische Komponente reinkommt, dass er ja damals auch den Bürgermeister namens Olaf Scholz besucht hat und kurze Zeit später eine Finanzforderung des Finanzamtes Hamburg dann fallen gelassen wurde, die im Zusammenhang mit diesen Cum-Ex-Geschäften stand. Deshalb haben alle sich, vor allen Dingen Herrn Olearius, in den Blick genommen, lag auch ein bisschen daran, dass er ja bis heute eigentlich seine Unschuld beteuert und sich selber auch als Opfer fühlt. Eine Sichtweise, die das Gericht so nicht mitgegangen ist. Und er hat ja auch schon, das muss man auch sagen, in den vergangenen Jahren als persönlich haftender Gesellschafter mit seinem Partner Abermillionen, 230 Millionen an den Staat zurückgezahlt. Ja, das ist natürlich auch eine Menge Geld, gar keine Frage. Aber jetzt ist dieser Prozess eingestellt. Sofort meldet sich ja bei uns allen dieses Gefühl, dass man sagt, naja, dann ist doch wieder einer entkommen. Aber du argumentierst ja dagegen, oder? Ja, das ist, wie ich finde, ein etwas zu einfaches Geschäftsmodell. Also nach dem Motto irgendwie, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Erstmal, er ist schon einer der größeren Verantwortlichen, wenn man sich die Zahlen anguckt in diesen ganzen Cum-Ex-Verfahren. Aber beileibe nicht der einzige und auch nicht der erste. Es gab ja sogar eine Bank, die Maples Bank, die in Kanada sitzt. Und ihre Tochter hatte eigentlich nur ein Geschäftsmodell, nämlich mit Cum-Ex Geld zu verdienen. Und als das dann aufflog, war die Bank ganz schnell zahlungsunfähig. Also da gibt es auch Player, da ist der Vorstand auch eingefahren. Es gab Steuerprüfer, die gesagt haben, oh, das ist ja eigentlich völlig legitim, dieses Verfahren. Also es ist schon, muss man sagen, ein Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, an dem sehr, sehr viele sehr, sehr viel Geld verdient haben. Wenn ich deiner Argumentation jetzt folge, dass der Mann auch ohne ein klassisches Gerichtsurteil schon genug gestraft ist, dann würde ich natürlich, wenn ich mich da jetzt reinversetze, sagen, das Wichtigste für einen Banker, und besonders in Hamburg, ist ja wahrscheinlich sein Ruf. Und der ist doch komplett ruiniert. Der ist ruiniert, aber der ist schon seit Jahren ruiniert. Ich glaube, deshalb hat er sich auch so auf die Hinterbeine gestellt und hat eigentlich gehofft, dass er quasi einen Freispruch bekommt. Das muss man jetzt ja genau sehen. Er hat ja keinen Freispruch bekommen, sondern das, was er bekommen hat, ist letztlich eine Verschonung von dem Prozess, weil seine Gesundheit halt so angeschlagen ist. Das ist kein Freispruch. Er muss nur nicht mehr jetzt regelmäßig in Bonn auftauchen. Zum Schluss noch ein Wort, müssen wir ihn erwähnen. Du hast ihn schon genannt, aber ich stelle dir doch noch mal explizit auch eine Frage dazu. Ist das jetzt für Olaf Scholz eine gute oder eine schlechte Nachricht? Tendenziell eine gute Nachricht, wobei es gibt natürlich Aktivisten, die immer wieder seinen Namen in die Debatte reinwerfen. Die wollen über Cum-Ex den Bürgermeister und jetzigen Kanzler zu Fall bringen. Da habe ich auch eine Meinung zu. Also ich halte das für etwas neben der Kappe. Denn Olaf Scholz hat, auch wenn er seine Erinnerungslücken da in den Mittelpunkt stellt, sich ja nicht selbst bereichert und hat am Ende des Tages vielleicht in einer schwierigen Situation Herrn Olearius empfangen. Was da genau diskutiert wurde, wissen wir alle nicht. Und wir können daraus juristisch halt nicht ableiten, dass es da einen Zusammenhang gibt mit diesem quasi Erlass dieser Steuerforderung durch das Finanzamt. Und von daher finde ich, ist das extrem dünnes Eis, auf dem einige da unterwegs sind. Ich kann Ihnen, liebe Podcast-Freunde, nur empfehlen, einmal auf abendblatt.de zu gehen und Matthias Kommentar zu der eben geschilderten Materie zu lesen. Als Krönung gibt es von ihm ein Zitat von Berthold Brecht. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Also Prädikat lesenswert. Danke an Matthias. Wo arbeiten Sie jetzt gerade? Im Büro, in einer Praxis, auf dem Bau oder aber im Homeoffice? Also, unsere Producerin Emily Niebuhr ist mir aktuell von zu Hause zugeschaltet. Ich sitze auch bei mir zu Hause mit MacBook und Mikro am Schreibtisch. Sehr praktisch. Funktioniert. Aber wir haben es immer geahnt. So sehr wir uns alle daran gewöhnt haben, an dem einen oder anderen Tag in der Woche im Homeoffice zu arbeiten, diese Arbeitsweise hat natürlich auch Schattenseiten. Jetzt bestätigt durch die Langzeitstudie Social Health at Work der Barmer und der Universität St. Gallen. Unsere Chefreporterin Miriam Opressnik hat sich diese Studie näher angesehen. Aber Miriam, natürlich am Anfang, mein Einwand ist doch klar, da steht ein Ergebnis. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das immer geahnt. Homeoffice ist für die Gesundheit nicht unbedingt nur gut. Ja, gemein. Ich glaube, jeder von uns mag Homeoffice und weiß es durchaus zu schätzen, zumindest die, die es gerne in Anspruch nehmen. Aber ja, vielleicht hat man es bei sich selber auch schon gemerkt. Jetzt hat die Studie nochmal eindeutig nachgewiesen. Genau, Homeoffice ist für die Gesundheit zumindest ein gewisses Risiko, weil eben herausgekommen ist, dass sich immer mehr Arbeitnehmer emotional erschöpft fühlen und es einfach nicht so schaffen, diese Grenze zu ziehen. Also du hast es trotzdem so, dass du abends nochmal schnell deine E-Mails checkst oder in deine Teams-Kanäle guckst und du hast nicht mehr so diese Trennung zwischen Job und Freizeit, wie es vielleicht früher war, wenn du um 18 Uhr in die Bahn gestiegen bist und nach Hause gefahren bist und die Tür zugemacht hast. Und selbst früher war es ja schon schwieriger dadurch, dass also in dem Moment, wo es anfing, dass man zu Hause Internet hat, man konnte E-Mails lesen, dann wurde es ganz schlimm mit dem iPhone. Du konntest jederzeit deine E-Mails lesen. Du hast auch komischerweise diesen Drang gehabt, selbst im Urlaub da mal reinzugucken. Man ist ja auch selber ein bisschen schuld an dieser Situation. Aber so wie du es jetzt schilderst zu Hause, dass man den Feierabend gar nicht so richtig im Blick hat, manchmal sitzt man vielleicht auch früher am Schreibtisch, als man müsste. Das alles führt dazu, dass wir irgendwann in so einer Spirale sind, die uns tatsächlich, Miriam, haben wir richtig verstanden, auch krank machen kann oder zumindest überfordert. Klar, das geht eindeutig aus der Studie hervor, dass es ein gewisses Gesundheitsrisiko ist und die Arbeitnehmer sind einfach jetzt auch gefordert, da eine gewisse Sensibilität zu haben und sich das klarzumachen, wenn ich permanent im On bin und immer meine ganzen Nachrichten checke, dass das einfach zum erhöhten Stressfaktor führt. Was ist denn die Lösung? Kein Homeoffice wird es ja wohl nicht sein, obwohl viele Firmen ja diesen Trend haben, zu sagen, die Menschen müssen mehr wieder ins Büro kommen, weil sie das Gefühl haben, die Bindung zum Unternehmen geht verloren. Aber darüber reden wir beide jetzt gar nicht. Was kann jeder von uns selbst tun? Vielleicht wird sich das wirklich noch mal mehr bewusst machen, dass man eben sagt, egal welche Zeit man sich setzt, aber ab 19 Uhr gucke ich vielleicht nicht mehr meine Mails oder Teams Nachrichten oder dergleichen nach oder ich checke nicht mehr, was auf unserer Homepage passiert oder ob irgendjemand was geschrieben hat oder ob ich schnell noch auf irgendwas reagieren muss, sondern das kann durchaus auch bis morgen warten. Also ich glaube, wirklich ganz wichtig ist dann eine hohe Eigenverantwortung. Das soll jetzt aber gar nicht so belehrend klingen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir müssen uns da auch an die eigene Nase packen. Also ich checke auch, ah, was noch mal vorm Schlafengehen schnell meine E-Mails und wenn da was ist, dann beantworte ich das auch schnell. Ja, und ich finde auch, ist ja auch kein Geheimnis und ich glaube, das ist jetzt auch nicht, wo ich irgendwie ein Geheimnis ausplaudere nach dem Motto, das hätte man niemals sagen sollen in der Öffentlichkeit. Home Office macht uns natürlich auch einen Hauch bequem. Ich sage es mal so, wie es ist. Also es fängt damit an, dass wir morgens möglicherweise in der Jogginghose ins erste Meeting gehen können, weil man einen ja nur sozusagen oben sieht. Man kann sich den Kaffee noch mal in Ruhe kochen. Man kann jederzeit aufstehen, an den Kühlschrank gehen. Man kann nebenbei vielleicht noch mal Musik hören, was auch immer. Wir wissen alle, dass es auch Untersuchungen darüber gibt, wann der Netflix-Schatten, so heißt das als Fachwort tatsächlich, schon einsetzt. Das wird nämlich auch immer früher bei den Menschen im Home Office. Das ist noch nicht mal ein Vorwurf, sondern es ist ja einfach nur, so sind wir Menschen. Und Miriam, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich aus dem Home Office am nächsten Tag in die Redaktion verraub bin, mit dem Auto oder mit der Bahn, dann merke ich natürlich, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und das muss man ja auch noch mal sagen, Marzell, also ich möchte jetzt Home Office auch nicht so verteufeln und das will die Studie auch nicht. Ein anderes Ergebnis ist ja eindeutig, Home Office macht auch produktiver oder die Arbeitnehmer empfinden das so. Und da kann ich durchaus auch auf mich wieder zurückblicken. Ich liebe es, in der Redaktion zu sein und ich bin ein total kommunikativer Mensch und rede total gerne mit meinen Kollegen. Ich merke aber durchaus hier zu Hause, wenn ich meine Tür zumache, schaffe ich einfach mehr weggeschrieben als vielleicht in einer Redaktion, wo viele um mich rum sitzen und ich gerne auch klatsche zwischendurch. Ja, 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 absolut. Und ich finde, es gehört ja gerade in so einem kommunikativen Beruf, wie wir ihn jetzt haben, auch unbedingt dazu. Aber Miriam, was sagst du zu dem Argument, wenn ich das jetzt mal anbringe? Du hast das vorhin so schön beschrieben, dass man dann doch immer noch mal versucht ist, in irgendeiner Form zu checken, was ist doch in der Firma los, was liegt noch an. Würden wir uns wünschen, dass Arbeitgeber aktiver werden, um uns im Homeoffice zu schützen? Oder sagst du, na Leute, jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja wohl eure eigene Verantwortung. Wir reden hier von erwachsenen Menschen. Genau. Also ich glaube, solche Tendenzen gab es ja durchaus schon mal bei sehr jungen Startups oder IT-Unternehmen, dass sie eben gesagt haben, ab 20 Uhr dürfen keine E-Mails mehr gecheckt oder beantwortet werden. Aber da denke ich auch, komm, wir sind auch alle eigenständige Leute, wir sind alle erwachsen, wir haben da schon eine Eigenverantwortung gegenüber uns und unserer Gesundheit. Und was ich mich tatsächlich mehr frage, aber das wäre vielleicht noch ein anderes Thema, ist das vielleicht auch schon eine Art von Sucht, dass ich abends auch meine E-Mails checken muss. Also ja, vielleicht ist das eine neue Krankheit auch, die E-Mail-Sucht, dass man immer das Gefühl hat, was zu verpassen. Ich stimme dir hundertprozentig zu und wir müssen uns dann natürlich auch eingestehen, jetzt sind wir schon im philosophischen Bereich angekommen, dass wir auch Vorbilder sind für die Kinder und wir beschweren uns dann immer in Anführungszeichen darüber, dass die Kinder auch schon handysüchtig werden. Naja, wenn die Eltern das dann in so einem Maße vorleben mit der Begründung, ich muss ja noch arbeiten, dann wird es natürlich eng. Abschließende Frage, Miriam, aus dieser Studie geht ja auch hervor, da jetzt wissen wir es tatsächlich, mal schwarz auf weiß, wie viele Menschen arbeiten in Deutschland denn überhaupt im Homeoffice? Genau, das ist ganz interessant. Natürlich hatten wir über die Corona-Zeit da so ein Hoch, da waren wir bei ungefähr 36 Prozent der Leute, die im Homeoffice gearbeitet haben. Jetzt sind wir inzwischen bei nur 28 Prozent, also in Anführungszeichen 28 Prozent angekommen und wenig überraschend ist natürlich, am stärksten wird in einigen Branchen im Homeoffice gearbeitet, im Bereich Marketing, Werbung, PR, Beratung und natürlich auch in den Medien. Ja, und da müssen wir abschließend auch mal sagen und das ist ja im Grunde so fast schon ein bisschen entschuldigend, aber die berühmte, du weißt, sie muss immer herhalten bei solchen Vergleichen, die berühmte Verkäuferin, die bei Lidl an der Kasse sitzt, sie wird niemals ins Homeoffice gehen, sie fragt sich, was für Probleme erörtern wir hier. Das sind alles Luxusprobleme, die wir haben. Genau, deswegen möchte ich das auch alles nicht so verteufeln. Ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendwie die Hörer das Gefühl haben, ach Mensch, das sind so Luxusprobleme und die reden über ihren Stress, den sie sich abends selber machen. Nein, das machen wir uns auch wirklich selber. Ich glaube, jeder muss da wirklich mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen und auch nochmal so als Abschluss, wie gesagt, man kann einfach auch sagen, die Produktivität steigt und Homeoffice hat einfach auch tolle Vorteile. Ich glaube, jeder muss da selber einfach das so ein bisschen aufpassen, dass er eine Waage hinbekommt. Danke an meine Kollegin Miriam Opressnik und der Appell an alle Hörer, die heute im Homeoffice arbeiten, falls das nicht als Bevormundung gewertet wird, pünktlich Feierabend machen und abends nicht nochmal die Mails checken, nehme ich mir jetzt auch fest vor. Gleich zum Abrunden für diesen Morgen unser Nachrichten-Verblick. Falls Sie noch mehr zum Thema Homeoffice hören wollen, und zwar zwei sehr, sehr gegensätzliche Standpunkte, dann empfehlen wir unsere Episode vom 1. April. Zu Gast zum einen Abend bleibt Chefredakteur Lars Heider, ein großer Verfechter des Homeoffice und zum anderen der ehemalige Boss der Bild-Zeitung, Kai Diekmann. Er sagt über sich, ich bin der Taliban der Anwesenheitspflicht. Der Link zu dieser sehr unterhaltsamen Folge ist in unseren Show-Bus. Bis morgen und bye-bye. Kompakt informiert. Der Nachrichten-Überblick bei Hamburg am Morgen. Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen. Der umstrittene Hala-Deal ist heute erneut Thema in der hamburgischen Bürgerschaft. CDU und Linke hatten das Thema erneut beantragt. Letzte Woche hatte der Haushaltsausschuss dem Einstieg der Reederei MSC bei der Hala zugestimmt. Endgültig entschieden wird voraussichtlich in zwei Wochen. Gegen die bekannte Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck könnte vor dem Hamburger Landgericht heute möglicherweise ein Urteil fallen. Vorher werden erst einmal die Plädoyers erwartet. Die in der rechtsextremen Szene beliebte 95-Jährige hatte gegen ein Urteil der Volksverhetzung von 2015 Berufung eingelegt, das jetzt neu verhandelt wird. Gut 380 Menschen mussten auf der ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin aus einem Zug geholt werden. Der war liegen geblieben. Grund war eine defekte Bremse, heißt es, von der Deutschen Bahn. Kurz vor dem Bahnhof Beutzenburg mussten die Passagiere erst stundenlang warten und dann über Trittleitern aus dem Zug steigen. Ein Podcast von Funke Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast von Hamburg. Musik 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 Musik